einen wunderschönen guten tag und zu willkommen zurück auf der mühlen kreis mittelland zusammen mit dem max und dem krieger es geht weiter mit dem kalken und krieger möchte auch gleich hier ansehen was sehen wir denn heute an wir haben uns doch gar nicht geeinigt machen dann lass uns doch soja bohnen machen ja wieso nicht freuen sich die veganer dass wir soja anbauen was haben wir denn für eine arbeitsbreite an unserer saatmaschine gut dann bin ich auf jeden fall früher fertig mit meinen 24 metern hier ja gut da wohl sind das viele machen wir mal voll oder eigentlich wollten ist es ja ein mietfahrzeug wir weitergeben was denn nee den habe ich gekauft ja wo bist du denn jetzt also ich bin am feld ja mit einem fast vollen kommst du zu mir dass ich die am feld ich muss schauen wo ich den kreis hin kipp ja also ich glaube auch ich werde das feld hier mit einer portion einer ladung ich schau mal bei der 87 gehört auch noch eine ecke dazu ob ich da irgendwas hin kippen kann blitzer der krieger ist auch schon da mit der saatmaschine ja wenn du soja bohnen auswählen kannst dann sollte er den richtigen ja ich bin noch da aber der max ist glaube ich nicht mehr da die aufnahme also auch rundherum oder fährst du gleich lange bahn beim ansehen gleich lange bahn gemacht und dann zum schluss gut noch mal ja da fahre ich jetzt auch hoch und runter ich komme ziemlich auch gleich an bei dir wenn du mir eine minute gibt dann hast die perfekte arbeitsbreite das kann losgehen das ansehen kann losgehen habt ihr schon wieder angefangen ja ja schon wieder drauf ich will der paul musste gerade einmal für krieger einspringen was denn jetzt krieger der muss essen fassen oder wollte essen fassen und natürlich darfst du drauf kommen achtung gleich kommen die sind ja man kennt das nicht anders internet weg was hast du gemacht paul du warst auch kurz offline ich habe ein pc neu gestartet ich weiß nicht warum es nicht ging also du fährst jetzt krieger ja jetzt synchro nicht max betritt den server jetzt soll es noch länger wetten jetzt wollen die synchro sorry ja doch gut geklappt ähm paul wir haben uns mit dem kalk etwas verschätzt verkalkuliert verkalkuliert ja den witz lasse ich mir auf jeden fall eintragen dass ich ein paar hinten drauf hab man kommt mit einer ladung echt sehr weit ja hab ich mitbekommen ähm das war früher mal anders ich weiß nicht ob das an der map liegt dass die weniger kalk braucht heute ist ja im allgemeinen so also das ist auch schon ein bisschen her wenn wir hier in den kalk lagern hier am feld kommen wir in den feld und schauen ob das ok ist steht hier unten bei 87 steht er ja muss Lucky mal hinkommen oder äh lass mich grad das feld zu ende kalken dann komme ich eh zurück gefahren eine äh anhänger ladung reicht auch vollkommen aus für dieses feld hier wenn ich jetzt hier den äh den anhänger abkuppel ja dann hängt der unimog nach vorne und steht mit dem gewicht unten auf dem boden auf und wenn ich das gewicht abkuppel hängt der anhänger äh hängt der im betrag nach hinten und die vorderen sind fast in der luft ok also ist der anhänger schwer beladen möchtest du uns dann sagen haben wir den ähm ding noch den ladewagen äh der war nur gemietet ich weiß nicht ob krieger den schon zurückgegeben hat den ladewagen pöttinger hatte ich nur gemietet ja war auch schon vorgesehen ja genau ich guck kurz ne der ist noch da ich weiß zwar nicht wo er steht aber was hast du gekauft ich weiß nicht wer was gekauft hat ich nicht hat man vorhin irgendwas gekauft nein hast du was repariert es könnte sein dass er das der aufbau ist von meinem unimog das können wir nicht wenn du den vorhin gekauft hast ja habe ich vorhin es waren halt genau 2000 ja irgendwie zur zeit ist es so dass es immer 10-15 minuten später kommt ich habe den eingeparkt wolltest du den kalkstreuen nochmal auffüllen ja da wo ich unter der 87 war es unter der 87 ja aber du musst schauen ob ich den kalk da lagern kann oder ob ich den irgendwo anders hinkippen muss wo muss ich den noch kalken die 78 oder was nein aber ich wir brauchen ich habe den keinen bock am hof am hof hin zu kippen ob wir ihn auf irgendeine graswiese auf irgendeine graswiese kippen oder wo wir das hin hin deponieren geht es nicht ins silo nein eben nicht leider nicht dafür bräuchten wir ein anderes silo der wollte sich schiffe angucken er steht aber genau in die andere richtung waren die schiffe nicht so interessant oh hier ist ein campingplatz ja wie wäre es wenn wir die sachen hier hinten hin kippen ja hier an unsere wiese die ist hier das können wir machen soll ich da schon mal hin fahren oder warte ich kippe ich kippe den hier rückwärts ab den anhänger dann habe ich das gewicht für den fendt wieder ne hier hinten rein so wird zum thema rückwärts wo willst du denn jetzt abkippen da hinten aber der ist halt bisschen hier in die ecke ja auf die schöne blumen diese ja du hast grad zugestimmt ja ist in ordnung bevor wir die ganze suppe auf dem hof liegen haben ja 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 hier hin hier ja kipp mal ab so das passt ja jetzt kipp ab sonst geht's das sieht aber gut aus sehr schön sehr schön könnte auch kunstschnee sein oder ja andere sachen ja gut ähm wenn ich es kurz sagen darf zwei wiesen sind andere reif ja wo wird Silber gekommen wir könnten sogar irgendwas düngen jetzt dann wahrscheinlich wir könnten auch die wie kann ich kann auch die wiesen mähen ja du kannst mähen Lucky kann nochmal schwadern oder andersrum ja Silo ist dabei zugedeckt ich hätte gedacht ich hätte gesagt wir machen Heu äh diesmal Beilen genau weil das Silo zugedeckt ist wir haben was brauchen wir denn alles Heu Klaas Heu Silage und Stroh brauchen wir für Mischration aber wir haben nur ein ähm Beilenpresse mit Wickelfunktion richtig Ja Heu können wir trotzdem machen Wollen wir Heu machen? Wir können keine Grasballen machen Ich weiß nicht wie wir Heu machen wollen ja lass uns doch Heu machen was wir haben haben wir ne wir wollten doch eh noch die Schafe erhöhen ja und da brauchen wir eh Heu genau also noch mehr dann lass uns noch eine Runde Heu fahren auf einem Feld zumindest ja wenn dann machen wir beide ja Silage haben wir ja eigentlich die Mühe ja Silage Silage sollte ausreichen dann machen wir Heu auf beiden Feldern und ähm dann haben wir genug Heu ja wir können auch mal ein wenig Silage verkaufen genau notfalls können wir was verkaufen aber Konno stand halt ganz gut aus ja ähm wir können ja gucken dass wir den Kredit wir haben jetzt ja noch 86.000 Kredit wer dass wir den natürlich nach und nach abbezahlen können ne ja ich bin voll genau was haben wir noch an Kredit 680.000 Kredit was nur noch ja wir haben schon einiges zurück gezahlt wir haben ganz schön gespart ja wir haben ja erstmal mit kleinem Equipment angefangen naja aber wir haben trotzdem also bis zu noch 680.000 wir haben ordentlich eigentlich haben wir trotzdem ordentlich PS ja also auf der Map hat man auf alle Fälle gutes Geld am Anfang ja der Kredit ist auch sehr schnell erweitert worden dass man noch ähm einen weiteren Kredit aufnehmen kann ähm ja ich könnte auch mähen muss ich zugeben vielleicht hat ihn schon mal jemand angefahren das kann sein aber jetzt läuft er wieder zurück auf die Stelle wo ich lang muss ja Hund ja da kannst du sitzen bleiben aber und jetzt guckt er mir zu ähm warum komm ich nicht ins Tor der lass mich mal rein Lucky der Wagen ist äh optisch nicht so breit wie er physisch ist ähm machst du hinten die Klappe zu mit X ja mach ich zu Entschuldigung so wir haben nicht mal manuelles Ankuppeln drauf nein ähm entweder nimmst du jetzt den Düngestreuer oder zu die Nähwerke ja ich kann düngen fahren du wolltest gerne mähen nochmal aber ich glaub du brauchst den den Pflegebereifung oh ich fahr so ungern Pflegebereifung hohoho na gut dann wechsle ich mal zur Pflegebereifung also da brauchst du aber ein Gegengewicht wenn da keins da steht irgendwo nimmst du den MB-Trag oder wechselst du deinen Traktor nö ich nehm dann den MB-Trag ja brauchst du aber da steht irgendwo ein Gewicht zum ja das habe ich schon gesehen das steht daneben das ist gut wir flitzen da mal schnell hin zum MB-Trag der steht hier schon mit Licht an hat schon einer vorbereitet der hat fast 16 Uhr ja äh ich mach noch den äh Frontlader ab ja er dient eigentlich auch als Gegengewicht aber das Strieger hat ja gar kein Frontlader Konsole ne das geht beim T7 nicht ne das geht beim T7 nicht ajoo da geht noch T6 haltet ihr gleich jetzt hat es jeder außer Flieger ja muss er auch nicht ne eigentlich ist der wo die Ballen stapeln muss ja wir haben dann Ballen zum Stapeln dann sollten wir uns vielleicht noch einen äh Teleskoplader oder kleinen Kramer kaufen ja ich wär für nen kleinen Kramer da hast du auch Weidemann weil auf dem Kramer steht ist hinten ernsthaftes Symbol von Weidemann drauf haben wir noch Dünger irgendwo im Hof im Hof ja eigentlich schon dahinten wo am Anfang das Sackgut drin war gegenüber also in der Hütte da haben wir nen Hof bei Neko ja bei den Kühen warte ich komm mal in den Hof also Lucky ja hier hinten hier müsste noch ist hier Dünger nein hier ist kein Dünger mehr ja ich hab nur noch 6 gar nix mehr hier ne dann fahr ey ich hab nur noch 26% äh geh da unten bei der Getreidemühle wenn du hier unten die das gerade durchfährst die Straße fahr mal da runter auf die Straße warte auf die Hauptstraße ja ich sitz neben dir ja ich seh das du hast nen schönen Silo King Käppi auf oder was nein Trelleborg hast du Käppi auf wollte ich grad sagen so nach links rechts dann da vorne nochmal rechts bei der Baustelle rechts ja wo muss denn die Fähmaschine hin äh da in die Durchfahrthalle da steht schon das andere Teil naja da kannst du wenn du schön reinfährst schaffst du es einfach gerade reinzustellen gerade da drüben rein ist ganz komisch wenn man gefahren wird links jetzt gerade da runter zu dem blauen und fast zu dem großen ja und da kriegt man Dünger und das müsste eigentlich gehen versuch mal Dünger Start läuft welches Feld muss ich denn jetzt düngen die 82 warte ich schau mal hier muss Kupflug werden aus bin ich halt auch die 82 muss gedüngt werden das fehlt auch Kalk ja ähm ja das war es eigentlich oder die zwei Felder das ganze verschieben wir auf die nächste Folge ist schon wieder soweit und und ja sonst wird das heute den Rahmen sprengen liken liken Abo dalassen kommentieren wieder einschalten bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.